Was geht Leute von heute? Willkommen hier zum zweiten Part. Wir müssen jetzt hier in den Bunker rein. Wir gehen jetzt rein hier. Und jetzt wollen wir mal gucken, was so passiert. Wir gehen jetzt hier raus. Und mal schauen. Ich bin gespannt, was jetzt hier passieren wird. Hm. Hm. Wir müssen noch etwas klären. Niemand darf davon erfahren. So lange, bis ich damit fertig bin. Geht klar. So kein Problem. Hilf mir, sie online zu kriegen. Klar, kein Problem. Wir aktivieren das. Ist doch gar kein Ding. Na dann viel Glück. So, aktivieren. Geben wir ihm mal ein bisschen Saft. 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 Oh Mann. Oh Mann. Sind die Verbindungen. Voila. Kann man uns von hier aufspüren? Das ist ein Sicherheitsbereich. Bauart bedingt nicht aufzuspüren, nicht zu hacken. Und doch hacken wir uns hier ein. Ja. Tun wir. Ich muss wissen, woher die IP-Adresse stammt. Und wir verfolgen jede Spur, die wir kriegen können, damit er seine Schwester wieder bekommt. Das ist echt gut versteckt. Keine offenen Hintertüren. Kommt scheinbar aus dem Rossi-Freeman-Bezack. Hm. Wir kommen überall rein, wo wir wollen. Kein Problem. Machen wir schon. Ja. Kameras. Damit können wir einen Blick reinhören. Wo kommst du von hier aus ran? Nein. Wir sind komplett vom Netz getrennt. Das ist merkwürdig. Wenn ich von hier aus nicht rankomme, dann gehe ich an die Quelle. Ich mache hier alles fertig, bis du zurück bist. Okay. So. Jetzt muss ich mal kurz hier gucken. Ich war gerade ein bisschen irritiert. So. Oh, wir kriegen Anruf. Das ist nicht gut. Okay. Wunscher verlassen. Das war ein Fehler. Das sollte ich nicht machen. Vertrauen ist gefährlich. Aber ohne sie wäre ich aufgeschmissen. Vielleicht ist sie meine einzige Freundin. So. Das sieht gut aus. Das haben wir jetzt bis hierhin geschafft. So, jetzt müssen wir... ...schnappen wir uns mal die Kerne von hier her. Und wieder Power, ja dann. Sehr schön. Ähm, wo ist denn überhaupt das nächste Missionsziel? Da, Leute. Also... Ran mit der Brücke. Halt. Da darf keiner rüber. Das ist unser Geheimversteck. Wenn das jemand rausfällt, sind wir am Arsch, Leute. So. Wir fahren jetzt hier zur nächsten Mission. Geht ab. Das war mal ein guter Drift hier. Autofahren kann ich aber immer noch nicht, Leute. Also. Vollzonder und durch, ja. Noch Platz. Oh. Ja, da war mein Beten zu schnell. Ich hab doch gesagt, ich kann immer noch keine Autofahren. Aber umso schneller wir beim Missionsjaggen... Wow. Falschgefahren. Da ist es. Ah, dieser Sound. Ich liebe es einfach. Das ist so geiler Sound, ne? Von den Autos. Ohne Scheiß. So. Und jetzt hier... Dein Ernst? Das Gebiet ist gesperrt. Entschuldigung. Kein Problem. Jetzt geht's los. Das nächste Gefecht steht jetzt an, Leute. Hallo. Komm her. Jawohl. Der ist auch down. Sehr schön. Nachladen. Uh, Granate. Ah, ich bin jetzt über euch. Ich bin im Vorteil. Aufpassen. Ich hab ne Granate. Ja, ja. Werf mal. Und die kommt aber hier hoch. Ihr glaubt es nicht. Ja, du hast uns getroffen. Aber nicht gut genug. Wir halten uns durch. Wow, wieder ne Nate. Oh, verdammt. Da haben sie sich selber die Luft gesprengt. Kommt auch mal vor. Deckung jetzt erstmal ein bisschen ausruhen. Drei sind noch da unten. Das kann nicht sein. Wo sind die? Unter Beschuss. Ich hab ne Möglichkeit. Bewegung. So, hier ist noch irgendwo einer. Wow, wow, wow. Shit. Down. Nächster. Einer ist noch. Einer noch. Wow. Okay, wir haben sie. Das war's. Sind alle down. Sehr schön. Jetzt gehen wir da rein. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder einhacken hier. So, was kriegen wir hin? Das ist gar kein Problem. So, dann ist das offen. Okay, haben wir. Einmal drehen, bitte. Jawohl. So, ein weiter. So, und rein. Ab, reinhacken. So. Und da auch reinhacken. Wunderbar. Kamera wechseln. Es gibt bestimmt noch einiges mehr. So, und wir sind drin. Nächstes Gebiet freigeschaltet. Sehr schön. Das haben wir gut gemacht. Sehr schön. Jetzt können wir wieder abrücken. Waffe einstecken. Oh, wir kriegen wieder einen Anruf. Tor wieder schließen. Okay, Leute. Aber, ich würde sagen, das war's jetzt auch erstmal mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Zu dem Part 2. Argumentiert, kommentiert, kritisiert. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Euer Nordi. Ciao. Peace. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.